machen wir das mal so und dann müssen wir hier auch mal fackeln hier ist ja auch alles stocke finster normal sieht das hier aus hier ist ein bisschen besser ok ja wir haben also eine stunde 15 grad östlicher oder westlicher länge ist jetzt mal egal also zum beispiel von der green ist zeit da rechnen wir eine stunde dann ist man in 15 grad ost an der oder da haben wir dann die mitteleuropäische zeit ist daran festgemacht ok so jetzt wollte ich mal gucken hier in den ist meine nase juckt aber kein corona sein so kommen wir mal auf die karte wo sind wir denn hier da sind wir jetzt also wenn ich jetzt hier ein zimmer mache mache ich hier zimmer da komme ich ja dann gar nicht hin das ist ja das problem da müsste man also dann noch ein zweites treppenhaus haben das dann zum beispiel hier irgendwie hoch geht so kleines neben treppenhaus dass man dann hier denn ich kann jetzt kein gang hindurch bauen ja wenn ich also das so machen dass die zimmer oder die ja das werden schon richtig große zimmer dass die zimmer dann sowohl zugang nach vorne also noch hinten haben könnte man sich hier zimmer machen wir können natürlich auch noch hier eins in die mitte machen das nur nach hinten guckt und dann macht man hier noch einzeln war das wird schon nicht es wird schon ein bisschen schwierig oder macht man nur hier die suite hin die großen zweiten die dann in beide richtungen gucken macht hier ein zimmer und hier so eins über eck dann hätten wir acht oder neun zimmer das heißt eigentlich dann acht vielleicht wenn wir ganz oben das ganze noch zusammenfassen ja ich glaube das machen was so also wir machen folgendes wir machen hier hier ein zimmer das wird kein großes zimmer da machen wir da ein zimmer hin und wir machen hier eine große suite auf dieser etage auf der nächsten etage ist das gleiche oder brauchen wir da stehen da können wir den eigentlich schon weglassen und dann haben wir hier noch zwei zimmer und wir haben also da noch zwei zwei vier sechs und dann machen wir sieben wir müssten aber den vielleicht doch ein bisschen hochziehen was ist eigentlich dann hier mit ihr könnt natürlich hier auch jetzt zugänge zu zimmern hier anschließen lassen das ist überhaupt die idee das überhaupt die idee diese auf halbe etage habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht ok reißen wir erstmal hier den ganzen gesundes ab wir machen das über die halbe etage da das ist überhaupt war das ist überhaupt war also hier unten kommt und also empfangen ein und ein kaffee was auch immer ja jeder empfang dann machen wir natürlich die treppe nach unten vielleicht können man ja gleich mal anfangen ja die treppe nach unten natürlich hier anfangen das ist ja natürlich jetzt klar das wird ja alles abgebrochen und neu gebaut so dass jetzt dann die drei stufen die dauer duschen das nehmen wir auch raus so dann haben wir erst mal gucken wie weit müssen wir das runter wie hoch ist denn hier diese etage jetzt so diese etage ist werken machen dann noch mal 300 jahr die ist genauso wie da das heißt wir machen hier so eigentlich nur 200 ist aber egal das ist erstmal wurscht weiß wenn man das beide zimmer ein das ist wirklich eine sehr vorsinnflugliche dusche machen wir auch besser können wir alles besser machen wie herr piepenbring schon so sagt so oder machen wir hier treppen so jetzt muss ich da oben wieder irgendwie hinkommen das heißt wir können das auch so machen dass man das hier alles bekreisen und können wir gar nichts ändern da drunter ist ja die u-bahn ja die lichter hier so toilette ja reißen wir auch ein das alles weg können wir alles viel schöner machen so das heißt noch hier etwas hin und dann machen wir die zwei stufen und sind dann hier direkt wieder in diesem gang so da sind wir und dann können wir dann den gang hier natürlich noch doch da ausweiten auch wenn das jetzt hier alles erde ist und dreck und all dieser ganze kram denn wir können ja hier noch weitergehen das hotel geht ja noch weiter nach vorne ich weiß gar nicht warum wir damals hier nicht das noch mit dazu genommen haben so das nehmen wir weg das nehmen wir auch weg so damit haben wir dann hier den schönen luftraum und den luftraum können wir natürlich mit ein bisschen wie habe ich das im krankenhaus gemacht bei auf der insel mit glas dann machen wir da glas blöcke rein ziehen die glas blöcke ganz hoch sozusagen als lichtschacht bis oben hin das machen wir als design element was nehmen wir für glas was haben wir erstmal gucken was wir für glas haben also waren natürlich durchsichtiges glas haben auch grünes glas wir haben hellblaues glas haben wir sogar am meisten von weiz den glas was soll das denn wieder sein es dehnt gefärbt oder wird nehmen wir mal das hellblaue kram machen da mal den zentralen lichtschacht wir können wieder umdrehen ich habe geschlafen es ist tag so der zentrale lichtschacht der wird also hier auf jeden fall dann hinkommen erst mal mit zwei blöcken drei müssen wir sogar machen da kommen wir bloß nicht mit hin mit den paar also mache ich erst mal nur mache ich erst mal nur ein hoch das hört sich mal nicht nach glas an war noch 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 ein bisschen so und hier hin und dahin und dann haben wir das zentrale glas element zumindest teilweise schon mal fertig was ist das jetzt hier dschungel ja so soll es ja auch sein so und dann kommt noch noch mal 4 plus 1 10 4 6 4 plus 1 4 plus ja so bräuchten wir jetzt gar nicht mehr denn da kommt ja dann das dach drauf nachher auf die decke also da brauchen wir keinen weiteren fußboden so das ist so die sich hier oben das ist der wahnsinn so wenn ich jetzt da rechts runter falle ich glaube das überlebe ich dann nicht mehr wo waren wir jetzt übrigens stehen geblieben ja sonnenuntergang da müsste auf der flachen erde völlig anders aussehen also in wirklichkeit aussieht und dann granit habe ich nicht mit nein so 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 ja also noch kann man sich jetzt hier nichts großartiges vorstellen aber das ist schon mal ganz nett machen wir doch gleich mal hier vielleicht die fassade weiter also machen wir diese seiten fassade natürlich dann genauso wie da das heißt ja nichts poliert der granit da ist noch genug da von dem polierten granit ja das ist schon ein beachtliches gebäude ja so werden wir jetzt mal gucken da haben wir dann also immer jetzt hier dann fünf breit und dann kommt wieder granit also müssen wir hier auch sehen dass wir da unten ja auch noch granit fuß granit leiste hin machen müssen wo wir unseren fußboden haben dass der fußboden ist jetzt auf welcher höhe dieser das heißt wir müssten hier eine granit leiste in der höhe machen hier na ups egal das wird sowieso nachher noch ausgehöhlt so hier müssen wir granit leiste hin machen 1 2 3 4 5 und dann machen wir dann hier wieder granit hin ja ja wegen geschlossen wegen was geschlossen ok das muss jetzt mal weg so dann die nächste frage zwei dinger also wir müssten dann hier hin dann gehen wir fünf weiter 123 noch mal 12345 dann käme also hier der nächste granit hin und dann müsste der nächste granit dann so das können wir so nicht machen also das können wir da noch so machen machen wir jetzt ab hier dann fünfer schritte sieht das dann aus dann hätte man den nächsten genau wieder an der stelle genau da ob dann hätte man den nächsten 12345 dann an dieser stelle wo hier der da ist und dann hätte man da auch wieder ja machen wir das so dass man hier das ein bisschen anders machen ist da hinten auf der querseite auf der seite wieder so wie da mit zwei und dann hier wieder naja irgendwie kriegen wir das schon hin also da nicht noch ein bisschen granit das wird dann natürlich sandstein und zwar sandstein habe ich hier ganz normalen habe ich ja auch mit genau so das wird jetzt dann hier sandstein und dann das ist wieder voll alles okay dann schnell wieder was weglegen in unserem müllkiste also was brauchen wir nicht brauchen keine türen wir brauchen das nicht wir brauchen das nicht jetzt auch nicht somit noch eiche aber sowieso nicht das wird jetzt alles im dschungelholz gemacht schon wieder dunkel bald das kann aber nicht sein so da haben wir also ich hier was ist das jeweils sind die fünf 15 ja genau 1 2 3 4 5 1 2 4 passt schon und hier dann der granit jetzt auch mal schnell ins bett